Ah, es wird wahrscheinlich wieder... Es wird sicher wieder abgebrochen und neu gestartet. Die Flaggen sind gar noch nicht da, ja. Schau, ob ich es schaffe, bis über den Zecken zu Ihnen. Meins geht nicht. Nein. Restarting round, das ist immer positiv. Schöner Erfolg von Meislands gewesen. Aha, zweiter Versuch. Schöner Erfolg. Schöner Erfolg. Schöner Erfolg. Schöner Erfolg. boot hoffluoflu. Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay, los geht's. Launch Stream. Das mal vor dem Launch. Und was spielst du heute? Medik, ich habe gerade mal wechseln von Assault auf Medik. Medik mit Fragabix Shark PS4, PS3. Einstellungen 100% Sensitivity in-game. Koeffizial 100% Deadzone in-game 25%. Deadzone am FragChuck, was natürlich dann Auswirkungen auf den Moose hat. Wir kommen in Moose DPI. Im Moment 1500. 1500. Wahrscheinlich dann aber im Laufenspiel mal auf 1750. Super, genau. Für unsere deutschen Zuschauer. Fragabix Shark PS4. Die Einstellungen im Spiel 100% Sensitivity. Koeffizient bei 100. Die DPI an der Maus bei 1500. Wahrscheinlich im Laufe des Spiels. Dann mal 1750 je nachdem wie es läuft. Am FragChuck 4,9. Das waren die Laufenzahlen von heute. FragChuck kräftig geschossen. So. Wo gehen wir? Ähm. Ja, irgendwann Richtung B. Ich bin an der Durchgang am Stürmen. Aaaaah. Haha, down. Ja, mich auch. Was hat denn ein Deck gehabt? Trench Gun Hunter. Ist das ein Shotgun? Trench Gun Hunter. Neben dir ziemlich gut ist es. Ist noch cool. Oh, unsere ganze Squad ist da. Oh, das ist schön rosa. Das habe ich eigentlich gerne. Ich bin natürlich der Medik. Ich bin bei dir, ja. Ich bin bei dir, ja. Besser so. Ach, ich bin mit. Ich gebe mir die Kills. Auf der Brücke jetzt. Oh, Mortar. So ein Sack. Ah, ich sehe. Ich warte bis irgendwann ein Sniper vor mir runterkommt. Ah, da rechts haben wir jetzt so einen Zwischengang. Ich habe mich den Anlagen gesucht. Da war ja auch der Held. Das ist ja wie der Held. Das ist ja wie der Held. Das ist ja wie der Typisch Aragorn Forest. Das ist ja wie der Held. Das ist ja typisch Aragorn Forest. Der Held ist ja nicht hinter dir. Granaten geschossen. Da haufe. Niemand getroffen. Ich stürme mal. Kommt einer. Einer kann. Ja. Super. Sie kommen von... Also unsere kommen vom Bunker, vom linken. Ich gehe mal den Bunker abdecken. Ah shit, tot. Zwei am Campen um die Ecke. Einer am Boden liegen. Einer hatte ich. Ich rufe jetzt zu den Flaggen. Ja, gerade neben der Kanone. Gut, schön. Oh, das ist glaube ich noch mal einer. Nein, das bist du halt. So, danke dir. Danke. Ah shit, enemy hit 97. Ah, komm. Hat die Ecke, es sind etwa zwei am Bunker. Wenn nicht mehr. Der Benny Hill. Dich sehe ich schon da. Du bist tot. Ah, da ist ein scheisse Flammenwerfer. Ungemessert. Schöne Sache. Komm, gib mir den Granatenkill. Heinen mal. Ah, ich habe ihn auch nicht bekommen, den Granatenkill. Ich habe ihn nicht bekommen. Ich habe ihn nicht bekommen. Ich habe den rechts gehabt. Aber ich habe ihn auch noch liegen. Wir haben ein A gesetzt, oder? Nein, wir gehen zum B. Okay, okay. Das ist ein ganzes Quadrischenverein. Sehr schön. Aufpassen! Hör raus! Hast du einen da hinten? Nein, ich meinte, es sei einer. Aber es war scheinbar keiner. Bei mir hatten es da zwei. Ich habe nicht alle. Ah fuck, da kommen sie. Ah, jetzt ist er da hinten. Ja, ich habe einen. Ich brauche Medizin. Nein. Oh, da hinten kommt einer aus dem Gang. Aber dann können wir kurz sein. Ah shit, ich habe mich hier 149. Ja komm, Wesch. Du bist bei uns im Team. Hallo, uns. Genau, Wesch. Come on. Sonst rühren raus. Er hat Schwere. Oh nein. Die kommen etwa zu 5. Ja, rühren raus. Nein, das gibt es nicht. Gib mir nur eine Chance. Vielleicht habe ich noch. Ja, vielleicht. Uh, da schiesst es ja schon raus. Gibt es ja gar nicht. Wo du beim Deg bist, oder? Ah, wenn ich Medizin bin, musst du warten, bis sie holen. Nicht du. Dass wir eigentlich einen anderen haben. Ah, ich dubbel. Achtung, rechts. Wir holen eine Granate. Dann hol dich. Du, dann hat sie überleben wie eine Katze. Auf den Kopf hinein geschossen. Das reicht im Fall nahe, Kopf. Du musst mindestens in die Augen. Das ist in die Augen. Ja. Das ist im Fall nieder gewesen. Komm, jetzt mal das B-Stürme. Es sollte doch nicht so schwierig sein. Die sind gleich hinter dir. Ja, super. Die sind wahrscheinlich wieder in den Bunker. Ja. Einer kann. Ja. Den hatte ich hier. Ja, ich habe auch einen. Ich schiesse einen Rock und gehe ins Fenster rein. Das ecklet einen weg. Ja, er hat es geschafft, dass ich. Ich habe mich gehabt. Beim Eingang dort. Weisst du, wenn du vom C kommst. Ich gehe jetzt an den Platz, wo du nicht standen bist. Ja, wenn du mich holen willst, bin ich links dort durch. Achtung, der kommt wieder hoch. Links kommt einer. Nein, es hat mich einer geholt. Sorry, es war einer von uns. Super Sache. We are losing objective apples. Es wird nicht verraten. Los, 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 los. Oh, gerade hinter dir. Wenn rauskommst du jetzt schon einen haben. Ah, ein Anlader voll raus. Einen habe ich nicht. Achtung, kommt noch mal einer. Ich gebe tschüss. Keine Lassist 10 habe ich. Oder traust du von dir? Weisst du. Komm, geh aus dem Weg. Sieh. Nein, jetzt muss ich durch diesen Kopf durchschiessen, um den anderen zu holen. Ich habe nur noch ein Pistole. Ah. Das Kolibri. Das Kolibri macht mich angeschüsst. Kolibri. So geil. Kolibri. Gestern hatte ich wirklich einen schönen, den Stein mit dem Kolibri. Ja, hast du gesehen. Wenn du fünf genommen hast, und dann den anderen noch. Ja, das ist super. Ich komme schnell auf dich. Dann stürmen wir. Wieder einmal. Hey. Ups. Der andere hat zurechtgekommen. Wird schon auf den Bahngläsen kommen. Mit der Rocket Gun? Nein. Nein, nicht. Äh. Unser ist. Es ist aber wenig Käse. Der, der auf der Bahngläse gestanden hat. Darum gehe ich nicht so über unddeckte Flächen. Hier oben läuft doch einer. Ja, sorry. Ich komme ja gegen zwei mit der Hellregel. Sie haben keine Chance. Hier kommt noch mal einer. Oh, ich bin im Gang und nicht. Drei haben es. Drei dort. Haben mich gehabt. Ihhh, hässlich. Ah, shit. Enemy hit 190. Weisst du... Hallo? Ich will gar nicht ins C. Ich muss ins B kämpfen. Und an der Fire. Ah, der wollte sich mit mir nachlegen. Das ist ein falscher Entscheid. Ich gehe hindurch. Ich gehe hinten durch. Einer kann. Hier oben läuft einer. Ja, ziehe ich. Achtung. Rechts oben. Es sollte recht angeschlagen sein. Der war angeschlagen und jetzt nicht mehr. Danke. Das ist doch Teamwork. Hat es bei mir jetzt noch einen Assist-Counter-Skill gegeben, dann wäre ich zufrieden. Dann wäre es ganz gut. Dann wäre es ganz gut. Ich gehe schnell da hinten durch. Und da. Wenn wir zum Beispiel schauen. Ja, voll. Ich gehe mal das B stürmen. Das B haben wir. Geht richtig weiter an. You have been promoted. Ei, ei, ei. Du bist aber schon grausam gut. Nein, der Sieh. Komm. Ah, Camper. Ah, den habe ich vorgestellt. Der ist die ganze Zeit dort in der Ecke. Lange jetzt, wenn ich Granaten rühren, oder? Nein, schau, der ist bei dem B. Ich komme auf dich. Ich sage dir genau, weil der regt mich auf. Der ist schon länger dort. Also wenn wir jetzt gerade auslaufen, dann ist der in dieser Tür da vorne, wo ich jetzt herange, gerade links. Okay. Musst du mir gleich Medizin geben? Ah, jetzt ist er nicht mehr da. Jetzt ist er dort hinten. Einer kann. Medizin. Scheiss, Scheiss. Das kann ich anlegen. Genau. Ja, shit. Shit. Jetzt wollte ich einen messern. Ein bisschen arrogant gewesen. Hör mal Granaten rein. Ja. Ja, ich bin weg. Du musst einfach die anderen umbringen. Aha, okay. Einen habe ich gehabt. Schön. Vorher hatte es zwei drinnen. Ja, dort hat es noch einen. Jetzt nehme ich ihn. Es ist noch unser Gespänse geholt. Achtung, du abdecken. Es kommt einer. Ah, komm jetzt aber spritzen. Ich habe einen gehabt. Ich bin bis jetzt alles am abdecken. Komm noch mal einer. Ich habe einen auch gehabt. Schön. Du gibst die Medizin. Noch mal. Ah, shit. Es waren zu viele. Achtung. Es kommen noch zwei. Ah, so. Schade. Du hast beide gehabt. Schade. Du hast beide gehabt. Schade. Schade. Ah, ich werde von oben beschossen. Tschüss. Jetzt kommen sie im Fall gleich hinter dir her. Das dritte Höhe. Sollen sie. Ah, shit. Er hat gewisst, was ich machen wollte. Ich bin gleich hinter der Tür gegangen. Ich bin gleich hinter der Tür. Ich habe gemeint, dort kann ich wieder einen anderen an mich verstecken. Ah. Plan gut war. Ich komme jetzt schnell auf das B und dann das wiederholen. Ah. Down. Im B Bunker. Wenn du Medik bist um 3 Meter von mir, dann darfst du mich nehmen. Wenn du Medik um 2 Meter bist, dann darfst du mich nehmen. Aber sollte nicht, oder? Nein, ich habe so ein bisschen sterben entschieden. Ah, siehe ich. So komme ich nicht weiter. Immer so zwei Kills pro Leben. Das reicht nicht. Komm, zeig dir nochmal. Gut. Zeig dir nochmal. Zeig dir noch mehr hier. Ja. Kommt, ey. Hey. Panzergranate sollte auch ein wenig weiter als 1 Meter Umfang kommen. Schon, oder? Anscheinend nicht. Oh, das war mein Krieg. So. Anscheinend nicht. Wieder beschossen da. Oh, ich auch. Grasamt. Es geht nicht raus. Ah. Ja. Enemy 121. Achtung. Hier oben. Dort beim Stein. Jetzt einer. Oh. Genau. Der hat mich gefahren. Ja. Ich habe mit dem Hunter. Genau. Aber wo war unser Moden runter? Sicher bin ich jetzt nicht... Ach. Komm, da holst du mich im Bunker dort. Weißt du? Oder... Ah, Panzergranate. Fuck. Ja. Ich habe mich geopfert. Schau, dann hol dich schnell. Uiuiuiui. Das ist extrem krass. Oh, tschüss. Genau. Komm Wesh, hol uns. Ich bin Wesh. Hol du ihn und dann näher mich. Wesh. 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 Komm. Holet mich. Ah. Mich holt niemand. Für mich ist das ekele Zweck. Ich hole dir doch da... Nein. Ich habe gerade... Schau, wie viele Leute das hat bei dir. Sie dürfen dieses Ziel nicht kriegen. Verteidig das. Das ist der Granate. Ja, warte. Nein. Nein. Etwas hat er mich zuerst gemessert. Dann sehe ich. Ei ei ei. Nein. Das ist ein Zeug da. Also kommt. Machen wir einen kurzen Prozess. Ich kann es auf Video beweisen. Ich schiesse einmal eine Panzergranate unter die Knie. Ja. Enemy Hit 70. Zeichen sich. Also jetzt ist fertig da mit den Seuchen. Da Camper-Hasse ich einfach. Ah, du bist wieder voll im Kopfhörige. Nein, ich geh mal runter. Uiuiui. Ey, die Panzergranaten haben ja wirklich verloren. Ich hab sie runtergenommen. Ey, ich schiesse da. Sonst hatte ich doch immer Kills. Wahrscheinlich wegen dem. Oh, mich hat einer geholfen. Sehr nett. Ich kann es weiter machen. Ja, das ist die Medizin für dich. Ich bin am abhauen. Oh, jetzt hat es mich weggesprickt. Zu viel Pech. Ich wollte ihn holen. So, jetzt campe ich da auch mal in der Ecke. Oh, mein Hellregel hat mich in der Ecke genommen. Ich verteidige das Ziel. Granat, hör raus! Könnt ihr den nicht umbringen, wenn ein zweiter hier oben steht? Ist das nicht möglich für die. Ja. Lauter Tröter. Machen wir schnell auf dich. Das ist ein guter Entscheid. Ah, kannst du mich gleich retten. Müsst ihr mir noch sagen, woher das die X-Kau ist? Ähm, geradeaus und links. Also eigentlich hast du nur lose-lose Situation. Woah, tschüss. Sorry. Ah, hau von hinten das Suck. Was mich am meisten erinnert ist, dass die Granaten nicht mehr auskippen. Ah, jetzt sicher nicht. Enemy 140. Das bringt mir so nichts, ich will den Kill. Das ist manchmal wirklich das Problem, wenn du auf Squad mitgliedern gehst, dass du dann unter Umständen gleich könntest. Das ist ein guter Assist, oder? Ja, down! Kommen. Ja, das sieht fast so aus. Es schiesst aber immer noch ein wenig. Ja, das war ich. Ich hoffe es hat keinen Sniper hier oben. Aufpassen! Aufpassen! Der Welsch hat keine Medizin mehr. Weg hier! Ich habe Gesundheit besser gesehen. Enemy hit 3 für eine Granate. Ja, ist ja geil. Das hätte ich auch mal gesehen. Bist du unten? Bist du raus? Nicht wirklich, nein. Also bleib nicht unterbeschossen. Aber äh... Er hat sehr viele, die um uns herum abgelegen sind. Ich gehe mal hier links rein. Aber jetzt haben sie mich verarscht. Zwei sind um den Ecken. Ja, genau. Ja, und dort habe ich vorher wieder eine Granate hin geschossen. Die haben irgendein... Irgendetwas haben sie an, wo sie sich nicht... Ich weiss auch nicht. Es muss fast so sein. Ey, wirklich! Wieder genau dort hin. Ich habe schon gewusst, dass die dort sind. Versuche ich es nochmal. Jetzt sind sie wahrscheinlich nicht mehr da. Ich stehe genau meinen Ecken. Ich stehe genau meinen Ecken. Gewoon Woodworm. Danke schön. Also hier haben wir das Fäber. Wir schenken Ihnen eine Granate. Bitte, du kannst dich nicht mehr da sein. Ja, wir haben ihn noch. Ah, dorthin kommen sie hin. Ah, ja, das hat man irgendwie. Sie gehen holen? Nein, nein. Aha. Oder einen rein. Schon, den nehme ich heute 180 zum 50. Mal. Ja. Oh nein. Das ist ein Sack. Ich hatte den vor mir fast. Er kommt ein und schiesst ihn in den Rücken. Ich habe einen Sack. Und weg die Rücken. Aber ich bin schon benötigt. Was hast du 47,24? Ja. Ja. Er wollte 50. Ja. Du hast am meisten Kills von so einem Ding. Ja, vor allem. Aber das lange nicht. Ich muss Erster sein. Ja. Also, das war's vom Lunch Stream. Mittwoch. 19 April. Gespielt mit dem Fragfix Shark PS4 PS3. Wir verabschieden uns. Wir verabschieden uns. Und gehören uns sicher morgen wieder. Tschüss. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bawai, ja. ESėjau. Bo Stuff time. Bawai, ich bin noch niemal wiederher. guided am potato. Abして 가, haja. Bawai, ich bin noch niemal wiederher. Ileben Mist.